Jo, da sind wir wieder beim Festival of Football oder so. Eigentlich habe ich absolut keinen Bock mehr, aber ich will diesen einen verfluchten Sieg haben, ey. Kann noch nicht so schwer sein. Boah, Alter. So ein Glück. Shit. Nein. Ach, leck mich. Aber jetzt sind wir... Nein. Ja. Alter, war das schon wieder knapp, ey Leck mich Der Pass war eigentlich da schon Bombe und ich bin vorbeigedüst So wird es auch nicht mit Ersten da kontaktiert Uh Unglücklich, ey Ich hab schon wieder los Ich hab schon wieder los Ich hab schon wieder los Ich bräuchte jetzt irgendwie eine Vorlage mal, ey So viele Paraden jetzt für Spiele gemacht Und nie Da kam eine Vorlage dazu Oh Ich hab schon wieder los Ich hab schon wieder los Ich hab schon wieder los Irgendwie kriegen wir ja grad nichts mehr so auf die Kette ich das Gefühl Oh 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 nee Mist 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 Ahnung wie die aussieht. Scheiße jetzt habe ich das letzte nicht erfüllt mit diesem scheiß Busfahren. Oh verdammt. Da gab es ja auch eine Kiste für Essen. Okay ich dachte tatsächlich das bezieht sich auf die EM aber scheinbar nicht so ganz. Wahrscheinlich geht das auch gar nicht so weil das ja mit dem eh ein Sporthersteller hier ist und der ist ja nicht bei jeder Mannschaft vertreten als Werbeträger. So gehen wir wieder im Wettkampf hin hier. Oh Schneefrei könnte man. Komm. Mal gucken wie lange das läuft. Okay vielleicht mache ich beides rein. Und dann lassen wir uns überraschen was es wird. Oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, ist jetzt irgendwie auch keine große Kunst mehr gegen zwei. Ich meine, ist manchmal auch sehr schwierig. Ich dachte ja, halt da. Ich meine, ist manchmal auch sehr schwierig. Alter, nice. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. 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 Puh, das war jetzt, äh, schwieriger als es sein sollte, ey. Meine Herren. Am wenigsten auch nochmal einen Sieg zum Abschluss, ey. Cool. Ruf damit. Hatte ich jetzt ein Tor gemacht? Ich habe gar nicht meine Explosion wahrgenommen. Gut. Dann war es das erstmal wieder für diese Session. Ich werde versuchen den ganzen anderen Kram erstmal noch weiter voranzutreiben und dann sehen wir uns wieder hier beim Festival of Football. Spitze bedanke mich. Bis denn her.